Alter, what the fuck? Hast du diese Bogenskills drin? Hast du diese Bogenskills gesehen, ja? Hast du das gesehen, wo du mich hinkst? Hast du das gesehen? Du bist ein Wichs. Ich stehe, sonst auf auf mich zu gehen. Bin wieder da. Ach, Minecraft war weg. Er war weg. Hallo ihr Kartoffeln, da sind wir wieder bei einer neuen Runde. Let's Play Minecraft Super Smashbox zusammen mit Polonesto, Nico und ein Stargast, der immer noch dabei ist, Ray. Hallöchen. Der hier ist, hallo. Ich bin Wolf, Ray. Bis du hast gerade aufgefallen ist, man kann die Ultraklassen auch kaufen. Echt? Ja, Ray hat das Noob-Skeletchen in der Welt, das Noob-Skeletchen, 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 das Noob-Skeletchen. Ja, du nimmst mal wieder dein Wolf. Mach den Wolf. Der Super-Könnte mir mal ganz kurz den Golem erklären. Der Golem kann einen Haken schießen und sein Seismic-Slam, der macht halt, äh, Flächenschaden. Richtig. Und du springst dabei nochmal hoch. Und, äh, Ironhook wird halt einfach Ironhook. Alter, ich sag das Skeletchen, das Noob-Skeletchen. Aber richtig. Komm, gehen wir zusammen alle auf das Skelett. Wie? Ja, Alter. Ich hab dich mit dem Hund abgeschmissen, deswegen bist du jetzt verlangsamt. Alter. Nico, verpiss dich doch einfach. Wow, Alter, du Creeper, junger. Du bist so ein scheiß Creeper. Regenerieren meine Leben. Ja, die regenerieren aber halt nur sehr langsam. Dann. Bennet, verpiss dich bitte. Halt deine Fresse, du kleinen Mille. Nein. Drew First Blood. Erstes Rennen. Ich muss nächstes Mal eindeutig ein anderes Viech nehmen. Loll, komm doch mal her, du. Rauch-Creeper. Oh, nee. Ha, 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 ha. Bray, du bist schlecht, weißt du das? Ja, okay, ja. Bray ist nicht schlecht, er hat noch hier leben, oder? Ja, er ist nicht schlecht. Nico, verpiss dich doch einfach. Was macht eigentlich was? Alter, jetzt geht doch jemand zu zweit auf mich, er scheiß Kackspass. Alter, wie war dahinter? Zeig dir denn. Oh, wer war das? Ich war es nicht. Ach so, okay. Moin. Ach komm, mach doch nicht die Loop-Taktik. Ja, die Loop-Taktik. Du machst die Loop-Taktik. Oh, ich setz einfach meine Bewegungskills an. Nein, du machst eine Loop-Taktik, sich mit dem Skilett um zu fahren. Chancen ist eine Loop-Taktik. Chancen ist eine Loop-Taktik. Bogen-Skills ein. Bogen-Skills, aha. Das musst du Bogen-Skills. Was sind Bogen-Skills? Das ist, wenn du gut mit dem Bogen-Picht. Oh, Alter. Ich bin richtig schlecht, wirst du das? Nein, der Golem, du kannst nur mit dem Bogen-Skills spielen. Fick dich, das ist so scheiße. Er ist so ein Loop-Taktik. Ach komm, du Creeper. Na gut, komm, ich komm runter. Ja, komm runter. Ah, ich bin oben. Was dahin? Ich will meine Knochen. Alter, jetzt verpiss dich doch bitte, Bennett. Halt die Fresse und verpiss dich. Ich habe mich doch gerade beide angegriffen, also er meckert nicht rum. Ich bin schon wieder tot. Ein Leben. Du kannst mit der Axt, äh Ray, du kannst mit der Axt übrigens rechtsklick machen, dann machst du so eine Bone-Explosion. Oh, habe ich dich gerade getroffen? Mich ja. Hör auf, ich treffe mit meinem Hund nicht. Du bist halt, Alter, geh weg mit deinem Scheiß Pfeilen. Oh, ich muss jetzt erstmal wieder bisschen recken. Oh, du spielst Creeper, du Pisser. Ja, schon die ganze Zeit, aber nein, du merkst. Ja, und du sagst noch Skelette, ey, komm. Ich spielst, ey Creeper zum dritten Mal. Alter, ich kraft den Spielen, ey. Das ist doch voll einfach, du kannst angreifen. Ich würde aber nicht mit der Schaufel angreifen. Jetzt Nico verpiss ich, ich habe nur noch ein Leben, Mann. Was? Oh, das war knapp. Der Gohle wird einfach voll gebrochen. Guck, wie der den Killer hat. Der Gohle wird einfach... Warte, ich krieg den. Warte, ich krieg den. Nein, ich will den. Ich will den Kill. Ja, ich hab den. Oh. Wer hat den bekommen? Ich hab ihn bekommen. Den töten. Ja, ich hab dich getötet. Hey, Ray, du bist doch behindert. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Ge weg. Ja, ja. Du hast den Mund. Das geht so gar nicht klar. Zwei gegen ein. Nee, nee, nee. Ich hab gegen Stepman. Er hat mich getötet, ja. Also... Du kannst mich mal so blöde, der Creeper. Komm wieder, ja. Okay. Bist du. Da ist er. Ha, ha! Du wurdest vom Skelett erwischt, Junge. Jetzt von mir. Moin. Wie du einfach daneben stellst. Ja, ich hab mich grad nicht gekratzt. Wow! Komm, Skelett. Ja, halt dich aus allem raus und warte, bis wir hier fertig sind. Das ist natürlich auch ne Taktik. Das ist natürlich auch ne Taktik. Ja! Nein! Sehr gut, endlich. Ach komm, du machst wieder deine Loop-Taktik da oben. Du bist so Pussy-Style. Das ist wirklich Pussy-Mode. Ey, wir machen jetzt Team und gehen jetzt nur auf Ray. Gute Idee. Erstmal auf Ray. Man muss doch seinen Vorteil ausnutzen. Das ist kein Vorteil. Das ist ein Loop. Und ich komm da einfach... Nur schlechte Leute können das einfach nicht sehen. Nee, nee. Ihr könnt einfach nicht eure Sachen ausnutzen. Ich mein, nutzt den Vorteil. Nutzt den Vorteil. Ich nutze meinen Vorteil. Maaah! Aber ich komm irgendwie nicht hoch. Ich bin zu schlecht. Alter, what the fuck? Hast du diese Bogenskills drin? Hast du diese Bogenskills gesehen, ja? Hast du das gesehen? Du bist ein Wigst. Du bist ein Wigst. Du bist ein Wigst. Ach komm, ja, haut schon wieder nach oben. Das kommt einfach nicht an. Wie viel Schaden hat das eigentlich gemacht? Ha! Und dieser Hund, ja, mein kleiner Hund, das ist klinisch, ne? Der rote Augen. Versuch! Na! Alter! Entstammt auf mich und wird immer voll über den Feinemicht. Jetzt geht es auf auf mich zu gehen. Bin wieder da. Ach, mal, mal weg. Er war schweck. Ja, er war weg. Raas! Geh weg, ey! Verpiss dich. Blöde. Ach Mist! 1, 1, 1. Jeder hat noch einen nehmen. Okay. Ich will erstmal den Pisser da weg haben. Komm zusammen auf den Pisser! Okay, zusammen auf den Pisser, los! Nein, nicht mit! Ich dachte, der auf den Pisser! Nein! Ja, scheiße! Ja, ich bin nicht letzter. Ich bin nicht letzter, ich bin dritter. Äh, ich... Scheiße! Jetzt gewinnt der Loopskills! Boogskills! Boogskills! Loopskills! Das sind echt Loopskills! Das... Ohne Scheiße, ich wette, du hättest nicht einmal getroffen. Alter, ich hab dich zweimal gekillt! Ja! Kann das sein, dass das Skelett ein bisschen OP ist? Das Skelett ist... Nein! Los, noch eine Runde! Ich kaufe jetzt vier Skelett! Jetzt nehm ich das Skelett! Ne, ich ne, ich nehm Golem! Ich nehm Golem! Okay, okay, mach das! Ich nehm diesmal wohl... Ne, Enderman! Enderman ist auch stark! Oh! Ich bin zwar am liebsten... Oder ich nehm den Schneemann! Hey, wo ist der Schneemann denn? Gibt's den... Der ist auf der anderen Seite! Die kann sich hier alle kaufen! Ach, die kann man sich jetzt... Oh! Das find ich gut! Nur für... Aber ich nehm den Golem! Ich denk... Ich weiß nicht wie lang! Ich will's... Ich will's Pferd ausprobieren! Ich will die Hexe! Na, der ist halt so... Ich find den cool! Der würde Skelett ist auch cool! Der kann mit Fledermauschen... Was macht... Was macht der... Knochen Barrage? Ey, was bist du denn? Ach so, nichts! Ja, den hast du nur am Mann! Ach, du bist jetzt Wolf? Ne! Was bist du? Zeig ich dir nicht! Die Spinne erst mal weg! Bämme! Nö, Mann! Ich hab zu viel Defensive! Nico, du bist schlecht! Weißt du das? Was? Bäm! Drecksspinne! Du hast mich nicht getroffen! Das weißt du schon! Nein, los! Boah, das war knapp! Der Goll und Verschleißer! Der Goll und Verschleißer! Der Goll und Verschleißer! Ja, das ist halt... Die Spinne springt ja richtig scheiße! Ja, die Spinne, deswegen mag ich die Spinne nicht! Geh weg, spinne! Geh weg! Ich spiel die zum ersten Mal! Ich kann die nicht ab! Ja, keine Ahnung, was ich mit der richtig machen kann! Bringt richtig kräftig! Mein erster Keleiter! Oh, es geht mal, Mann! Bäm! Nö, daneben! Ja, ich hab dich mit meinem Haken zu mir gezogen! Jetzt traf ich aber auch endlich das Spiel! So Leute, da sind wir wieder an der Kartoffelkiste! Eben gerade ist gerade das Spiel irgendwie abgestürzt! Also bei Mike und mir ist Minecraft gecrasht! Und ich schneid das jetzt irgendwie rein! Kann klar, ich bin jetzt der Schneemann und wir machen eine komplett neue Runde! Und Mike ist das Noob-Skelett! Selbstverständlich, was auch sonst! Hey, Ray auch! Hey, Ray auch! Ich hab keine Ahnung! Oh! Nein, ich bin schon tot! Dann ernst! Alter! Wie geht's? Wie geht's? Der hat gehackt! Wer? Bisch auf einmal weggeflogen! Komm, Blöder, Enderman! Du kannst dich aus der Endverlom nicht treffen! Das kann dich aufwinken! Äh, was bringt das? Stirb! Boah! Oh! Ey, der war das knapp! Wow! WTF, geh weg! Hi! Hey! Ja, das war nicht so toll! Ich kann schon wieder gestorben! Halt auch auf mich zu gehen! Ich geh auf alle, ja! Also auch auf Ray! Hey! Ich hab' ich bin Special-Gäste, ihr dürft mich nicht mehr durchgehen! Ich muss gewöhnen! Du bist behindert! Das war mein Block, denn was auf dich geworfen! Ja! Ja, gut! Oh! Oh! Ich dachte, ich bin nicht gegen den Bogen! Ja, wenn ich sage, du bist schwanger! Da hab' ich auch nichts gegen Schwule! Alter! Du bist schon so schwul, ey! Und? Hast du ein Problem damit? Ne! What the? No! Das war knapp! WTF? Ist das so ne geile Brücke? Das ist meine Eisbrücke! Würdest du das Spiel öfter spielen, wisstest du das? Hä? Warum ging diese... Jetzt hört mal auf zu zweit auf mich! Ich geh auf beide, ja! Ich auch! Aber hauptsächlich auf Mike! Nein! Denk dran! Ray, du kannst mit deiner Axt rechtsklick machen, dann machst du eine... Ey, du weißt schon, du kannst den Bogen aufladen lassen, wenn du lange gedrückt hältst! Ich weiß! Okay! Habe ich auch rausgefunden! Och, kommt schon! Schneewelle sind toll, ne? Ja! Ich hasse deine Schneewelle! Ich finde die witz! Die machen halt keinen Schaden! Doch, ein ganz bisschen! Oh! Ja! Tod! Die hat mir nach 10 Stück einen halben Herz abgezogen! Das kommt doch auf die Rüstung an! Okay, Ray! Entscheide sich zwischen uns! Ja! Jetzt kommst du wieder mit deinem Bogen Loopskills, aber hier kannst du ihn nicht benutzen! Wollen wir wetten, dass ich sie kann? Ja, kannst du auch, aber ich hab's mal Leben mehr! Guck mal, ich hab Schneeweilskills! was ist, ist auch was! Ga isch die, die einfach gegen den Pilsficken! Sie spielst den Schneem性 mann, du, Neub.. binえindert! Ich spiel hab's gesehen! Springt einfach in den Tod! Wolltest du dich nicht verbetüten müssen? Ja! Das war Super Smash Mops Trotz Minecraft Absturz lasst gleich noch eine Rolle spielen noch einmal. Äh, nein, 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 ich bin irgendwie rausgeflogen. Gut, dann sagen wir jetzt mal ciao und bis dann.